Mit dir, nur mit dir, halt dir, ja, ja, nur mit dir Eine Nacht ganz allein, auf den Inseln von Achtelwein Eine Nacht hier am Meer, komm doch bitte, Mertia, flieg mit mir Heute nach Havane, keiner so schön wie du Zu viele Fantasien in meinem Kopf, fliege nach Athen, nur um dich zu sehen Was gelaufen, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute Heute gibt es mal wieder ein saftiges FIFA 21 Pack Opening Ich hoffe, ihr habt Bock, Leute, es wird, es wird saftig Schmeckt, es wird sehr, sehr saftig, hoffentlich, ja, wir werden sehen, Leute Ob die Packs gleich schmecken werden, lasst gern ein Like da, Leute Macht die 1000 Likes, weil du wisst es, bei 1000 Likes, ja, bei 1000 Likes Wird das Pack Baba, ja, ihr habt es in der Hand Also macht die 1000 Likes voll, dann ziehen wir gleich ein saftiges Pack Ich will es doch offen Abonnieren, Vlog aktivieren, täglich einschalten Ich hoffe, ihr seid täglich am Start Würde mich sehr freuen, Leute Und wichtig, schreibt einen Kommentar für den Algorithmus Ihr wisst es, wenn die Videos besser angezeigt, wenn die Videos empfohlen angezeigt Können wir wieder durchstarten, ne, ich will es doch offen, Leute Schreibt gerne rein, was in euren Packs war Schreibt gerne rein, was euer bestes FIFA 21 Pack in diesem Jahr war Ich bin gespannt, wie wir lagen Ihr wisst Bescheid, was ihr gezogen habt Und gerne auch reinschreiben, ja, was wir jetzt gleich in unsere Pack ziehen Vielleicht hier rätst du der eine oder andere, ja Also schreibt gerne unten rein, euren Tipp, was wir gleich ziehen werden Ich bin gespannt, was drin sein wird, Leute, ja Ihr wisst es wie immer, checkt noch gerne meine Songs aus Till FIFA Gaming, Spotify, iTunes, Amazon Music und Co Überall, wo es Musik gibt, wisst ihr, schaltet gerne mal rein Ich würde mich sehr freuen, Leute, ja, wie gesagt Till FIFA Gaming, abchecken auf allen Musikplattformen Hört mal rein, hört in mein Album rein, Leute Vielleicht gefällt euch der eine oder andere Song Ich würde mich sehr freuen, Leute, ihr wisst es Wir müssen Platz 1 weltweit der monatlichen Streams werden, ja 50 Millionen monatliche Streams Damit gehen wir auf Platz 1, Leute Also ganz easy, ganz einfach, ja Pump die Songs auf Dauerschleife, wisst ihr es unten rechts in der Ecke Macht dieses Halbkreis, diesen Halbkreis Diese zwei Halbkreis-Pfeile da, oder was auch immer Einfach Dauerschleife, ne, und dann Tag und Nacht durchpumpen auf Am besten auf Mute Sonst geht es eurem Ohr danach ganz und gar nicht mehr gut, ne Ich danke euch dafür und Support Checkt auch noch gerne den Shop aus Ja, nice Designs in schwarz, weiß, orange, blau, rot, grün Kissen, Tastentonbeutel, nice LED-Lampe, vieles mehr Gratis hier, ne, Autogrammkarte, die gibt es auch noch dazu Checkt es aus, gönnt euch was Ihr unterstützt mich damit, ich würde mich sehr freuen Da würde ich sagen, starten wir ins Video, Leute Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran Let's go Ich würde mich freuen Und natürlich gerne auch abonnieren Wenn ihr noch nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren Blog kaktieren Täglich einschalten Täglich dabei sein Wäre nice Okay, Leute Da wollen wir mal gucken Fünf Spieler, alle Gold, alle selten Alle 85 mindestens Oder höher Wir hoffen natürlich auch höher, ne, ist klar Wir hoffen natürlich, äh, auf, äh, höher als 85 Wo hängt meine Kappe hier? Wir hoffen natürlich locker auf höher als 85 Am besten höher als 90, sagen wir es mal so, wie es ist, ne Ich hoffe, wer mal, die soll mal ein Pack rausbringen Fünfmal 90 oder höher Das wäre mal was feines, Digga Das wäre mal was ganz feines, okay Da gibt's ja, weißt du, hier gibt's ja nur ein paar Spiele Äh, hat man direkt alle Beste Pack der Welt Okay, 3-2-1 Let's go Komm Komm, Brudy Komm Komm Oh, was Gutes raus, Bruder Oh, was Gutes raus oder auch nicht Wir werden's sehen Belgien Torwart Ah, Real Madrid Kurtor Warum zieht man immer so viel Torhüter in diesen Packs? Ey, Digga Kommt auch noch raus wie ein Zombie Ich bleib der Meinung Es ist einfach nervig, dass es so viele Walkouts auf der Torhüterposition gibt Das ist so nervig, Digga Das ist einfach, es ist todesnervig Es gibt zu viele Walkouts auf der Torhüterposition Viel zu viele, Digga Viel zu viele, Mann Ohne Scheiß Gefühlt in jedem dieser Packs ist ein Torwart drin, Alter Nimmt immer einen Platz locker weg Mann, ey Courtois ist okay, weil er 89 gerated ist Ihr wisst, was das heißt Dahinter kann noch Kann Noch der ein oder andere Walkout drin sein Weil Courtois halt mit 89 Schon ganz gut dabei ist, ja Ist immer so, ist es Ist nur noch zwei Walkouts drin, glaube ich Ich sag zwei Ne, ein 87er, ein 86er, sag ich Wir könnten das perfekte Pack machen 89, 88, 87, 86, 85 Das Pack für Perfektionisten Ja Das könnte jetzt machbar sein Das ist das einzig Gute Das müssen wir positiv hier rausgehen Da müssen wir mit positiv hier reingehen Ins Pack, ja Also Let's go Es könnte noch das Perfektionisten-Pack werden, ja Für die Für die richtigen Perfektionisten Wir gucken mal Let's go Was noch dahinter ist Come on, Digga Das perfekte Pack Und Natürlich nicht Piquet, alter Piquet zieht man noch so oft Bonucci weh mal Bonucci Stammgast Ziehe ich Ich kriege auch relativ oft Insigne Na Ist nicht ganz so oft In den Packs Piquet und Bonucci sind schon auf den Packs Zwei Walkouts Naja Ey Digga 89er Und dann der zweitbeste 86er Piquet Ich rede Ich rede hier vom perfekten Pack 89,98,97,86,85 Was kriegen wir? 89,86,3 mal 85 Das ist so weit weg vom perfekten Pack Aber so was von weit ist das weg vom perfekten Pack Der Fresser, alter Das ist einfach nur bitter Das ist einfach nur bitter Vor allem Ich hasse Ich hasse das Piquet in den Packs zu haben Der ist so oft da drin, alter Und der hat halt nur 86 Aber der ist immer da drin in den Packs Immer Zwei Walkouts Kann man auch eigentlich nicht Kann man auch nicht positiv sehen Kann man jetzt auch nicht sagen Ja, zwei Walkouts Das ist Das ist kacke, alter Wenn der Wenigstens nicht Wenn es nicht Courtois gewesen wäre Sondern Ja Scheiße Muss man ganz ehrlich sagen 90er Plus ist in Ordnung Alles andere, naja Let's go 85er Plus Pack Bitte Oh was raus, alter Komm, alter Bitte gönn Bitte gönn Bitte gönn Bitte gönn, Bruder Bitte gönn Spanien Nicht Infanteilger Nein Nicht Infanteilger Oh Mann, alter Digga, ich kann dazu nichts mehr sagen Ich kann dazu echt nichts mehr sagen, alter Warum ziehe ich mir so oft Piquet, Digga Warum ziehe ich so oft diesen verdammten Piquet, alter Mann, nee Am liebsten würde ich jetzt einfach wirklich Am liebsten würde ich heulen, alter Ich würde am liebsten heulen, Digga Am liebsten würde ich mich ins Bett werfen und heulen, ey Den ganzen Tag heulen, ey Den ganzen Tag heulen bei so einem Pack Digga Ich werde es einfach nicht mehr machen, Digga Deswegen habe ich aufgehört, dieses Spiel zu spielen, alter Deswegen habe ich aufgehört, dieses Spiel zu spielen Ich weiß jetzt wieder warum Weil es einfach keinen Sinn macht, Digga Es macht einfach keinen Sinn Du machst dir so einen Pack Du ziehst ein 86er Piquet, Digga Deswegen habe ich aufgehört, alter Es war die beste Entscheidung Es war die schlimmste Entscheidung Hier wieder das Ganze anzufangen, alter Du bist wieder nur abgefuckt danach, ne Du bist nur abgefuckt Ich sag's euch Du ziehst ein 86er Piquet Der ist im Gefühl In jedem dritten 85er Pluspack ist Piquet drin Du bist einfach nur abgefuckt danach Es ist einfach Es ist einfach gut für den Körper Es tut dem Körper so gut, ne Es ist so eine Erholung Wenn du dieses Spiel hier spielst Ich schwöre es euch Es ist so eine krasse Erholung Es tut dem Körper gut Probiert's mal aus, alter Probiert's einfach mal aus Es lebt sich direkt Es lebt sich 10 Mal besser Ohne Scheiß Es lebt sich 10 Mal besser Wenn du kein Piquet ziehst Ohne Witz Da wird wieder nichts hinter sein Da sind wieder 4 85er hinter Ey Ich könnte wieder heulen, Digga Ab geht's Wir gucken Es interessiert mich gar nicht Was dahinter ist, Digga Weil wieder Ja, korrekt, Digga David Silva Drei verdammte Spanier, Digga Wenn du schon Spanier ziehst Ist alles Katastrophe Außer du dichs Ramos Digga Was ist das, ey Ohne Scheiß Was ist das Einer Broker als der andere Ey, ohne Witz Einer Broker als der andere Donnarumma Am Start ist schon fast der Beste Wenn man eigentlich ist Boah, ist das schlecht wieder Vinaldo war eigentlich auch noch stabil Die beiden sind einfach besser Als die drei anderen Spieler zusammen Jeder Einzelne ist besser Als alle drei anderen zusammen Obwohl Luis Alberto Der ist auch, okay Kann man mitarbeiten Obwohl, naja In Esch ist ja gut Aber in FIFA Naja Aber PK, Digga Was ist das Und David Silva Brauchen wir auch nicht drüber reden Da wird es mal Zeit Dass der Typ ein 84er Rating bekommt Und PK auch, ey Das war es schon Von diesem Pack Opening, Leute Ja, ich hoffe Ich hoffe doch Ich hoffe doch Dass es euch gefallen hat, Leute Ähm Wenn es euch gefallen hat Würde ich mich freuen Wenn ihr einen Like dann lassen würdet, Leute Macht die tausend Likes voll Ihr wisst es Wäre fresh, wenn wir die knacken würden Falls ihr nicht abonniert habt Kostensabonnieren Glocke aktivieren Und täglich dabei sein Täglich einschalten Wäre ebenfalls fresh, ja Und wie gesagt Schreibt gerne noch einen Kommentar Ist wichtig Dann werden die Videos Empfohlen angezeigt Werden die Videos generell besser angezeigt Würdet ihr mich mit sehr unterstützen Ja, für euch Das ist ganz nur ein kleiner Aufwand Also schreibt gerne Ja, einen Kommentar Was ihr aus euren Packs gezogen habt Was euer bestes FIFA 21 Pack war Schreibt es gerne rein Ich hoffe natürlich Es war was Saftiges bei euch drin Ich will es doch mal hoffen, Leute, ne Ich will es doch mal sehr hoffen Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice, Leute, ja Checkt die mal noch gerne jetzt Wenn ihr Lust habt Meine Songs ab Ihr wisst es Till FIFA Gaming Auch Spotify iTunes Amazon Music Keine Ahnung Wo es überall Musik gibt Apple Music Was weiß ich Überall wo es Musik gibt Till FIFA Gaming Gerne reinhören Hört in mein Album rein Vielleicht gefällt euch Der ein oder andere Song Es sind einige Songs jetzt online Ich würde mich sehr freuen Wenn ihr es mal abcheckt, ja Wäre sehr, sehr nice Ich danke jedem Der da vorbeischaut Ihr wisst es Wir müssen Platz 1 Der monatlichen Weltweiten Streams werden, ja 50 Millionen monatliche Streams Kriegen wir auf locker Auf ganz locker hin, Leute Auf ganz, ganz locker, ja Also Streamt auf Dauerschleife Wie immer unten rechts in der Ecke Halbkreis Pfeile anmachen Dauerschleife Und dann Dann geht ihm, Leute Tag und Nacht Auf Dauerschleife durchpumpen Ihr will es hoffen Wäre nice, ja Wäre sehr, sehr nice Ich danke euch Der Fee-Mars-Found-Support Und nicht vergessen Checkt euch die nice-Design-Supporten Gönnt euch In schwarz, in weiß, in rot In orange, in grün Alle Farben Kissen, Tassen, Turmbeutel Nice LED-Lampen Und vieles mehr Gerne abchecken In meinem Shop Ihr unterstützt mich natürlich Mit jedem Kauf Gratis Autogrammkarte Gibt es auch noch dazu Abchecken lohnt sich Oder auch nicht Oder auch nicht, ne Schaut gerne vorbei Wenn ihr Bock habt Würde mich sehr freuen Und ja Dann würde ich sagen War es das soweit, ne Ich hoffe, ihr seid auch Beim nächsten Video wieder am Start Meistens um 18 Uhr Ihr wisst Bescheid Entweder 13 oder 18 Uhr Oder 12 oder Immer Entweder 12, 13 Uhr Oder 18 Uhr, ne Eine von diesen Uhrzeiten Wird schon sein Also Schaut vorbei Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Ich will es hoffen Macht's gut, Leute Bis zum nächsten Mal Haut rein Und Ciao Bis zum nächsten Mal wieder Bis zum nächsten Mal wieder